Griechenland Reise, mein Name ist Thomas Kuhnet, guten Tag. Heute präsentiere ich Ihnen die Corali Studios und Apartments in Karavostasi auf dem Eperos. Mittig in der Karavostasi Bucht und direkt am Strand liegen die Corali Studios und Apartments. Bis in das Zentrum des malerischen Bergdorfes Pertica sind es etwa sieben Kilometer. Die kleine Straße, die vor dem Haus vorbeiführt, ist lediglich die kleine, wenig befahrene Strandstraße, welche entlang der gesamten Karavostasi Bucht verläuft. Dieses Haus Corali ist ganzjährig geöffnet und wird direkt vom rührigen Inhaber Costas geführt. Costas, unaufdringliche Gastfreundschaft und sein großes Augenmerk auf hochwertigen, exzellenten Service sorgen stets dafür, dass sich seine Gäste rundum wohlfühlen. Das Corali ist ein hochwertig ausgestattetes Haus der griechischen Kategorie A, was in etwa unserem Standard von 4 Sternen entspricht. Den Gästen des Hauses stehen ein großer Pool mit separatem Whirlpool-Bereich, von Juni bis Ende September, eine Poolbar und eine Lounge mit einer weiteren Barm-Innerin des Hauses zur Verfügung. Im hauseigenen Restaurant schwingt Maria, die Frau von Costas, persönlich die Pfannen. Kostenlose Parkplätze für die Gäste sind ausreichend vorhanden. Auf Wunsch können unter anderem Mountainbikes, Mietboote und auch Ausritte organisiert werden. In den öffentlichen Bereichen des Hotels können Sie mittels WLAN kostenlos im Netz surfen. Das Frühstück im Corali ist ungewöhnlich umfangreich und abwechslungsreich. Es wird in Buffetform aufgebaut und beinhaltet auch stets hauseigene und regionale Produkte. Sollten Sie Ihre Ferienwohnung mit Halbpension buchen, können Sie sich allabendlich Speisen aus der regulären Restaurantkarte. Außer Fisch, der muss etwas extra kosten, servieren lassen. Die Ferienwohnung des Corali Die oben beschriebenen Einrichtungen und der angebotene Service werden Ihnen als Gast der gerade mal acht Ferienwohnungen angeboten. Die Wohnungen des Corali verfügen allesamt über eine komplett ausgestattete Küche, ein eigenes Bad sowie einen privaten Balkon. Zur Ausstattung gehören weiterhin auch ein SAT-TV mit deutschen Programmen und eine Klimaanlage, deren Nutzung für Sie als unser Kunde inklusive ist. Auch Babybetten sind vorhanden und werden nach Anmeldung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die sechs Studios des Hauses sind mit 40 Quadratmetern sehr geräumig und bestehen aus einem kombinierten Wohn-Schlafraum. Sie verfügen über mindestens zwei und maximal vier Betten, weshalb sie ideal für den Strandurlaub von Familien mit bis zu zwei Kindern sind. Die beiden zwei Zimmer-Apartments des Corali befinden sich in einem separaten Gebäude im Bungalow-Stil links hinter dem Haupthaus. Beide Apartments verfügen über eine Wohnfläche von 52 Quadratmetern. Sie bestehen aus einem separaten Schlafzimmer und einem kombinierten Wohn-Schlafraum. Dank maximaler fünf regulärer Betten, keinesfalls irgendwelche Klappbetten, ist die maximal empfohlene Belegung dieser Bungalow-Wohnung erst mit fünf Personen erreicht. Und zu guter Letzt jetzt ein für den Garda for Star Sea Beach völlig normaler Sonnenuntergang im Schnelldurchlauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020